Was geht ab ihr Zocker? Es wurde sich endlich mal schon auf einem anderen Kanal gewünscht, dass man auch mal ein anderes Spiel zockt. Jetzt haben wir ja den neuen und ich danke auf jeden Fall für den Support, den wir bis jetzt gekriegt haben. Ist auf jeden Fall cool, ist mehr als gedacht. Und jetzt fangen wir wirklich damit an. Ein Spiel, ich weiß nicht, ob ich es bereuen werde, das zu sagen. Aber wir holen jetzt aus dem guten Spieleinventar Call of Duty Black Ops Cold War Oder in abgekürzter Form einfach CODWOCW. Jetzt ist nur die gute Frage, was soll man in gutem Cold War gerade spielen? Hm, also Multiplayer ist gerade richtig verhasst. Skill-based Matchmaking haut richtig rein. Warzone, hab ich gehört, da gibt es drei Waffen, die richtig OP sind und das soll einem richtig auf den Sack gehen. Fällt also auch weg. Zombie-Modus mit zwei Mann, weiß ich nicht, sind mit drei immer so schön angenehm. Da kommen so genug Zombies. Heißt, fällt auch flach. Also kann man nur eine Sache spielen. Und zwar schmutzige Worte im Spirepark. Oh mein Gott, ist das ein Loser? Will der mich echt in diesen dreckigen Modus reinsetzen? Du hast wohl echt einen kleinen Schwanz. Halt einfach deine Fresse, du kleiner H... Nee, Spaß beiseite jetzt. Warum Feuertrupp ist ganz einfach. Das ist so eine kleine Mischung aus Warzone und normalen Multiplayer. Man hat immer wieder Einstiege, man muss aber taktisch spielen. Man muss nicht unbedingt super mega rasieren. Klar macht das Spaß, wenn man da mal rasiert und richtig viele Kills holt. Aber es gibt da auch kleine Mängel, sowas hier. Boah, das war der Panzer. Das war der Panzer. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Drei Tage später. Der scheiß Panzer ist da immer noch, oder was? Ja, der hat da so viel Spaß. Ja, ein Motherfucking-Panzer. Einfach so. Und dann hat der, ihr habt das ja vielleicht am Punktescore gesehen, einfach den Rest der Runde nur bei E geschimmelt. Junge, wie kann man denn so kreativlos in diesem Game sein? Die haben übrigens auch nicht gewonnen. Das ist das, was ich meine, so mit Intelligenz spielen. Aber es ist einfach, das kannst du dir nicht ausdenken. Der schimmelt echt die ganze Zeit nur bei E und fuck dich ab. Echt, und das ist so ein Kritikpunkt einfach. Warum ist da ein Motherfucking-Panzer und Hubschrauber drin? Also man kann auch Hubschrauber selber steuern. Ach, ist das geil. Mir ist gerade aufgefallen, ich erzähle nicht mal, wie schmutzige Bombe funktioniert und habe schon den ersten Kritikpunkt gefunden, der mich so mega abgefuckt hat. Man merkt, richtiger Profi am Werk. Okay, wie funktioniert jetzt schmutzige Bombe? Ihr müsst Kisten sammeln, könnt fünf Uranstücke sammeln und müsst dann die in die Bomben platzieren. Man braucht 20 Stück und danach kann man die detonieren. Man kriegt fürs Einlegen des Urans Punkte und fürs Detonieren kriegt man auch nochmal dieselbe Anzahl an Punkte, wie man an Uran reinsetzen kann. Oder, nee, ein Viertel davon, 50 Punkte ungefähr. 50, 60, 70, kommt immer drauf an, welche Bombe das ist. Das heißt also, man gewinnt durchs Füllen und durch Detonieren. Oder wie dieser Screen das gut erklärt. Eliminieren und Plündern, Deponieren und Detonieren. Ja, und dann war ich natürlich beim Robin in der Lobby drin und der ist so ein richtiger Kacknoop, was das angeht und hat einfach vergessen, so ein Crossplay auszumachen. Und wir kriegen so die überschwitzten Wichser, die man haben kann. Die haben wirklich, also nichts gegen PC-Spieler, ne? Wirklich Respekt. Ich bin eigentlich vielleicht nur zu doof bei, auf dem PC zu spielen. Kann auch da drin liegen. Oder ich muss da vielleicht ein bisschen mehr üben. Aber die können halt viel filigraner aimen haben, sogar durch ein bisschen stärkeren Vorteil. Und wenn ein PC-Spieler dann jetzt kommt... Nein, haben wir nicht, Bruder. Wir sind nicht so gut. Real Talk. Ein PC-Spieler, der nur halbwegs weiß, was er da macht, der hört einem Konsolenspieler selbst den Besten sowas von ficken und auseinandernehmen. Das ist einfach so. Und deswegen habe ich Crossplay auch aus. Das nervt mich total. Das macht mir so keinen Spaß. Dann habe ich dem Robin das erklärt. Das hat dann funktioniert. Und jetzt kriegt er das Ergebnis. Wir haben drei Runden und wir machen da so ein paar Highlights drauf. Du kannst gerne was anderes sagen. Ja, sowas meinte ich eigentlich nicht, aber... Der Boogieman ist unser Gegner, Alter. Was ist mit dem? So, Captain. Wo müssen wir denn hin? Ich weiß jetzt schon, dass ich es bereuen werde. Was ist das für ein Grünzeug hier? Ich komme, ich komme. Ich habe ihn angettet. Er ist da ums Eck. Hier, oben jetzt. Einer weg. Der ist da, der ist da. Einer weg. Aber das sind verschiedene. Direkt abgeben, direkt abgeben, direkt abgeben. Na, Palmangriff. Danke. Ja, gut. Machen wir. Schön mit dem Urin, äh, Uran füllen. Warum ist da immer Urin, Mann? Ich bin voll krank. Warum hast du nicht den Uranbeutel genommen? Oder hast du schon einen? Egal, ich habe jetzt einen. Ich habe jetzt einen Uranbeutel. Ja, schön. Nimm du den doch. Ja, ich weiß. Ich mache sowieso mehr. Vorsicht auf uns. Wir sind geschossen. Dafür könnte ich schon wieder eine klatschen. Na, Palmangriff. Schnapp ihn dir. Tschüss, ich bin tot. Tschüss, ich bin tot. Tschüss, Doktor. Ich bin direkt am Abgabe, äh, an der Abgabestelle. Ich habe einen. Da sind zwei Stück gewesen. Ach, der hat mich nochmal geholt. Das war schlecht. Happy. Oh, fuck, fuck, fuck. Noch eine auf der Hütte. Auf der Hütte. Ja. Komm mal zu. Ich sehe den gar nicht, Alter. Der hat mich auch wieder mit Stoner, hat der mich wieder geholt, Alter. Ja, diese Typen sind echt eklig, die Stoner spielen. Ja, schlimm, oder? Ich würde mich auf sowas ja nie einlassen. Dieser Moment, wenn dein Kollege nicht aufpasst, was du zockst. Okay, wir können abgeben, ne? Hast du ihn geholt? Der ist angehört, Alter. Der ist direkt, Alter. Ist da noch einer? Alter, direkt in meinen Uranbott. Oh, da ist noch einer, fuck. Wo ist der? Oben. Muss der sein. Hast du ihn gesehen? Im Raum. Ich komme. Ja. Der hat der Shotgun. Ach. Ich sehe Tonia. Wir haben eine schmutzige Bombebremse. Wir haben es gleich, wir haben es gleich, komm, komm. www.fettefickenfette.de. Geschafft. Da kannst du nicht mehr entschärfen, Junge. Den Code knackst du nicht. C, ne? B ist detonierbar, aber mit dem C. Zwölf Sekunden später. Den Orten mag ich dann noch bei C, ja? Im Haus finde ich immer sehr, sehr... Oh, fuck, ich bin direkt hinter dem gelandet. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh! Oh! Nein, Mann! Wie kann man denn direkt... Oh, Mann! Ich bin gelandet und wurde gefickt. Einfach so. Ja, ich kenne das. Im Kampf. Dream Sun. Ein Draufgänger. Ja, genau! So viel zu meinem Wiedereinstieg. Genau. Ich habe einen Panzerbeutel. Ich habe auch einen. Ich habe auch einen Panzerbeutel. Ich habe sogar einen Urinbeutel. Ach, ich habe einen Uranbeutel. Meine Fresse. Ich habe mich gegen schlechtes Wetter geschützt. Ja, läuft. Kommst du dir rüber? Jetzt kommst du mich auch sehen. Auch nur vielleicht. Irgendwas sagt mir das, was ich gut is. Ja, da kommt einer. Los. Oh, Junge! Nein! Sengst du runter. Da, Palp. Du hast aber auch ein Glück. Oh. Zweimal hintereinander durchs Luftschlag, Alter. Aber der hat einen umgebracht. Komm einfach hierhin. Komm hierhin vollmachen. Was machst du denn da? Okay, Schatz. Solltest du ein bisschen Motorrad fahren? Ja. Wir haben detoniert. Freunde, lass mich durch. Lass mich durch. Da ist einer. Okay, komm weiter. Detoniert. Weg, weg, weg. Das kann ich ja nicht abgeben. Ich glaube, der geht aufs Auto. Ich habe hier einen Gegner drin. Auto ist der, sicher? Oh, der hat mich geholt. Als du gesagt hast, habe ich ein Handy reingekriegt. Hab beide. Oh, der hat sogar eine Kriegsmaschine. Ich gebe jetzt das mal ab. Ich mache wieder ein Stück bei dir. Haha. Ich bück mich einfach, Junge. Scheiß Mien. Also Leute, immer bücken, wenn man hier so ein Minengeräusch hört. Man kann die Miene dich auch nicht kriegen. Nee, du musst dich schon hinlegen, ne? Ich habe mich gebückt. Doch, ich habe mich gebückt. Das reicht. Da musst du aber eigentlich vorbeirutschen. Weil normalerweise sind schon in der Gutehalsung daneben gestorben. Vielleicht hast du dich auch nicht gebückt. Ja, ja. Ich weiß schon, was ein Bücken ist. Eliminieren und plündern, deponieren, detonieren. Was für drei einfache Schritte ist, um das Spiel zu gewinnen. Ja, was mir an dem Modus eigentlich richtig gut gefällt oder ich richtig geil finde, das ist so eine Mischung aus Multiplayer und Warzone. Also Battle Royale. Das mag ich halt auch. Du hast halt die Battle Royale so ein bisschen halt nur, dass du wieder ein Spiel hast. Das ist typisch, Robin. Das sind immer die offensten Stellen. Aber ich weiß das doch. Ich weiß doch, wie das mit dem Sex kommt. Dann will er mich aufklären. Da kommt schon einer. Den links. Einen habe ich da unten. Einen habe ich da unten. Der war fast da unten. Der ist da. Der kommt, der kommt, der kommt. Ab ihn. Ab ihn, Junge. Nenn mich das Stoner, Kiddy. Weiß. Die können singen. Gibst mir Dogi, gibst mir Dogi, gibst mir Dogi. Lagebericht. Feindlicher Kampfhubschrauber über euch. Was haben wir denn hier? Noch ein Lied. Eine Luftpatrouille. Setz dich direkt mal ein. Ich könnte voll machen. Ich könnte noch nicht. Da ist dein Helikopter hin, Junge. Da ist dein Helikopter hin. Komm rüber, komm rüber. Gib ab, dann können wir voll machen. Ja, ist ja gut. Ich habe einen LMG, da rennt man nicht so schnell. Dann weg, du hast da jemanden, das Großbrit. Gute Idee. Das wäre mir auch jetzt eingefallen, wo du saßt. Ey, da kommt einer, da kommt einer. Oh, ich habe ihn. Ob das wehgetan hat? So, www.fettefickenfette.de Zack. Hab's. Weg hier. Ja. Das war meine Kiste. Das war trotzdem meine Kiste. Das ist aber meine. Du bist ja hinten am Baum. Das ist meine Kiste. Das ist meine Kiste. Alter, guck mal, was ist hier hart, Alter. Was hast du da? Hier, guck mal, jetzt zeige ich dir was hart. Das hier habe ich. Das ist der Moment, wenn der Videospielgott, dein Bruder, der mit dir zockt, einfach immer mehr bevorzugt als dich selber. Kampfflugzeug. Kampfflugzeug. Das ist die höchste Streak, Junge. Die hast du einfach aus der Kiste gezogen. Dann nehmen wir C direkt, oder? Ja, dann nehmen wir C direkt. Fährt ja einfach mit dem Motorrad ins Haus. Warte, du kannst doch nicht. Oder willst du dann kämpfen? Angris, Helikopter. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Hab ihn. Mein Helikopter ist da. Oh, Napalm. Ich kann ja B. Also nicht, dass ich A nur hätte, aber ich könnte B jetzt mal abflimmen, ne? Eine Minute, 37 Sekunden später. Auch noch ganzen Truppen weggebombt. Und noch ein. Ja, verbrannt. Das sind die besten. Das sind so ehrenlose Huren, so ein Kills. Einfach so von weit hinten. Einfach so. Ich hab nichts gemacht. Ich hab einfach nur einen Knopf gedrückt. Brauchen wir. Wir sind gleich im GD. Oh Scheiße, wir werden hier von zwei Ehren beschossen. Lass uns schnell abholen. Der hat schon mal gut Damage. Phantom und Raider, Alter. Oh lieber COD-Gott. Lass mich diese Bombe mit Uran befüllen. Okay, die zünden. Perfekt. Direkt aufs Motorrad. Oh, kaputt. Wir fahren zu B. Nein, B ist besetzt. Wir fahren zu C. C, C, T. Komm, ich fahr zu C. Komm, schalte den ersten Gang. Wuhu. Power Rangers. Gegner vor uns. Oh, fackt noch einer. Weg vor uns. Der Boogie-Man. Nein. Du bist tot? Nein. Du hast uns in den Tod gefahren. Du hast uns in den Tod gefahren. Ich kau ab, Alter. Was hast du getan? Ich hab dich gerettet. Oh Gott, hab ich gechokt. Hab ich gechokt. Das wären drei Kugeln gewesen. Wir hätten gewonnen. Ach Mann. Warum sind die dann zu C gegangen? Kein guter, äh, kein guter Kommandeur. Ich hätte entschieden zu E. Wir waren im Ball. E wäre besser gewesen. Ja, aber da, E waren doch eben alle. Aber, aber, aber. Da war keiner, oder? Natürlich, B. Da haben wir ja alle gepumpt. Egal, vielleicht schaffen wir es noch. Inzwischen. Ich bin im Haus. Nein. Dreische wieder. Acht Uhr eins abend. Ich seh schon da einen Gegner. Hab ihn. Ich hab zehn Stück, ne? Da war auch was drin. Ja, ist die Raketenwerfer. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Raketenwerfer. Ich misch mich jetzt gleich nur ein. Ich misch da gleich ein. Einer ist weg. Wieder einer weg. Mixer. Ach man. Da hat er wieder genug Deckung gehabt. Dieser Huren so. Ja, ich werde dafür bestraft. Alles klar, wäre ich das jetzt gewesen, wäre natürlich die Samtex wieder ultra stark gewesen. Die hat mich jetzt one-hitted. Drei Kilometer weit geflogen, macht so BOOM. Dann kommt so eine kleine Druckwelle und du wie ein kleines Mädchen. Aua, ich bin tot. Komme. Der ist rein, der ist rein. Hab ihn. Er ist weg. Gewonnen. Ja. Yoga. Haben wir's. Wuhu. Ja, meine lieben Freunde, da haben wir eine Runde schmutzige Bombe jetzt durch. Das Video ist soweit durch. Ihr könnt jetzt gerne das kostenlose Abo dalassen, um keine weiteren Videos hier mehr zu verpassen. Ich sag dann jetzt nochmal Tschüss. Bis dann. Und hab noch viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017